So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, Hare Krishna und Namaste zu diesem neuen Video. Heute mal wieder ein ganz entspanntes Video, im Gegensatz zu gestern, wo ich ja, war das gestern? Also gestern habe ich das veröffentlicht, wo ich sehr schnell gesprochen habe, weil es einfach aus mir rausgesprudelt ist. Wo ich dann noch den Witz gebracht habe, oder es war ja kein Witz, es war Ironie, wo ich gesagt habe, ich müsste mal ein bisschen schneller sprechen. Und ich habe schon sehr schnell gesprochen, das war natürlich nur ein Scherz. Ja, heute, im Gegensatz dazu mal wieder ein ganz entspanntes Video. Ich hatte heute auch Kopfschmerzen, habe ausnahmsweise heute mal eine Schmerztablette genommen, ich glaube so eine 400er von irgendeinem Schmerzzeug. Weil das mache ich ganz selten und das habe ich mein Leben lang fast gar nicht gemacht, aber ich muss sagen, ich finde es mal okay. Also auch gerade muss ich feststellen, so bei Erkältung, wo man auch Gliederschmerzen und so hat, es ist wirklich, also zum Glück bin ich nie krank und habe ganz selten irgendwas. Weil, wenn ich krank bin, dann bin ich eine richtige Memme. Es tut mir dann alles so weh, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ja, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen. Also ich habe eine extreme Schmerzempfindlichkeit. Das finde ich auch so interessant und übrigens fällt mir gerade ein, hat Nancy dazu auch mal ein Video gemacht. Das wollte ich eigentlich auch mal mit euch gucken, wo sie gesagt hat, dass eben, oder dass Menschen, die, also dass die auch eben schmerzempfindlicher sein können. Und das habe ich bei mir festgestellt. Wenn mir, ne, ich bin ja, ich wiege ja 90 Kilo, ja, und ich ziehe beim Kreuzheben 190 Kilo und bin, kann auch ein ziemlicher Bulle sein, wenn ich will. Aber eigentlich bin ich total sensibel und wenn mich dann irgendjemand einfach mal so, und das macht man ja manchmal, da kommt man an und haut, haut einem irgendwo rauf, ne. Ey, wisst ihr mir, wie mir das weh tut? Mein Papa und mein Bruder, die haben immer gesagt, ey, was bist du denn für ein Weichei? Weil wenn die mich dann auf die Schulter hauen und ich sage immer, au, das tut mir richtig weh. Ich weiß nicht, warum, das, das tut mir richtig weh, irgendwie. Ich weiß nicht, warum, das ist so ein Schmerz irgendwie in der Haut. Das tut richtig weh, als wenn da irgendwas, naja, und da haben die immer gesagt, hä, was ist mit dir so, wenn die mich einfach nur so, naja. Ne, und das habe ich festgestellt, äh, auch, ich bin ja Bauarbeiter, ich bin ja Handwerker, ne. Und, äh, mir ist aufgefallen, also was andere so für Belastungen aushalten, das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Und das, das hängt für mich damit zusammen, dass ich sensibel, hochsensibel bin. Das hängt für mich damit zusammen. Weil, welche andere Erklärung soll es dafür geben? Naja. Ähm, so. Und jetzt gucken wir uns heute mal dieses schöne Video an. Das hat mich natürlich angesprochen, weil in den letzten Videos ging es ja auch so um die, ähm, zugrunde gehende Wirtschaft von Deutschland. Und jetzt steht hier im Titel von Nancy Blackout. Vision 2022 bis 2025. Das ist natürlich sehr interessant. Ne, und das gucken wir uns jetzt mal ganz entspannt an, das Video. Ich muss allerdings sagen, ihr Lieben, achso, guckt mal, was, übrigens das T-Shirt hier, das mag ich so vom Schnitt her. Und, äh, das fand ich total witzig. Hier steht drauf. Love Kills. Da stand drauf, Love Kills. Also, Liebe tötet. Ich frag mich auch, wer kann denn so einen behämmerten Spruch auf dem T-Shirt schreiben? Liebe tötet. Das tut mir weh beim Aussprechen. Das tut mir richtig weh beim Aussprechen. So, und dann habe ich, weil ich das T-Shirt nicht wegschmeißen wollte, weil ich es vom Schnitt mag, habe ich dann einfach selber ein C dahin gemalt und habe das K so ein bisschen verändert, damit es so halbwegs für mich aussieht wie ein, äh, ich ziehe das auch nur für mich zu Hause an, damit es aussieht wie ein H. Ja, und jetzt steht da sozusagen für mich, steht da jetzt so Love Chills. Chillen, also Chills. Ja, nicht Love Kills, sondern Love Chills. Von Chillen, ne? Also von Relaxen, Entspannen. Ja, äh, wollte ich nur mal sagen, das finde ich lustig. So, ihr Lieben, so, wir gucken jetzt mal ins Video rein. Ach so, aber ich muss, äh, leider, die Geschwindigkeit ist schon auf 1,25 machen, weil das Video hier geht 39 Minuten und wir, ich weiß auch nicht, wir gucken bestimmt nicht das ganze Video, ähm, aber wenn wir das Video jetzt in Normalgeschwindigkeit gucken und Nancy, ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, ich liebe die Nancy, ja, das weiß ich ja auch und sie hat mir auch mal geschrieben, tolles Video oder danke für die, äh, Ähm, Denkanreize oder wie auch immer und ich darf das auch darauf reagieren, hat sie mir mal geschrieben, ja, die hat mal auf meine Videos reagiert oder also drunter geschrieben, ja, fand ich ganz lieb von ihr. Küsschen für Nancy und, äh, ich muss aber die Geschwindigkeit auf 1,25 machen, weil sonst sitzen wir übermorgen noch hier. Ja, das ist überhaupt nicht böse gemeint und ist auch nicht böse gemeint, wenn ich sage, dass Nancy eben manchmal ja auch, die spricht ja auch jetzt nicht schnell oder so, die spricht ja auch sehr langsam, deswegen denke ich, können wir das auch machen. Ne? Mich interessiert das jetzt auch, ne, was die Visionen 2022 bis 2025, bin ich sehr gespannt, wir hören jetzt mal rein. Ich wollte eigentlich vorhin noch sagen, ähm, Engelchen Nancy Holten, unser Engelchen, ähm, ich habe ein paar Videos gemacht und die kamen auch, die haben alle eine große Reichweite für meine Verhältnisse erreicht und das hat meinem Kanal am Anfang auch ein bisschen gepusht, weil das erste Video, was ich hier veröffentlicht habe auf dem Kanal war mit Nancy und ich glaube, das hat mittlerweile so ungefähr 7000 Aufrufe und hat den Kanal auf jeden Fall, auf jeden Fall nach vorne gebracht. Ich glaube, das Video mit den meisten Aufrufen war das Rundgang Königreich Deutschland Video, das hat über 10.000 Aufrufe und wir sind übrigens jetzt auf diesem Kanal fast bei 100.000 Aufrufen, muss ich sagen, das ist toll. Ähm, meinen letzten Kanal haben sie ja gelöscht, da waren sicherlich auch viele Aufrufe, ich glaube, da waren auch viele Videos, 500 oder so, hier sind jetzt so ungefähr 300. Ja, also, ihr Lieben, danke und wir gucken jetzt mal rein. Ja, also, ihr Lieben, danke und wir gucken jetzt mal rein. Ja, ich finde, Nancy hat unglaublich schöne Augen. Ich mag helle Augen, ne, ich hätte auch gerne blaue Augen oder irgendwelche hellen Augen, äh, ich hab leider nur, gut, Freundinnen, Ex-Freundinnen haben gesagt, du hast so schöne Rehaugen. Eigentlich sind meine Augen auch gar nicht richtig braun, sondern eigentlich sind die dunkelgrün. Also, irgendwie hab ich, ich weiß nicht, wie man das nennt hier mit der Iris oder Pupille oder so, drumherum ist ja eigentlich auch so ein brauner Streifen so, ein Gebirge so, ne. Aber eigentlich sind die dunkelgrün meine Augen. Finde ich auch sehr interessant, wenn irgendjemand weiß oder da einen Link zu hat, was das wirklich bedeutet, was für eine Augenfarbe man hat. Ich glaube, das hat auch eine verschiedene Bedeutung, ne. Der kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Hallo, ich hatte jetzt Lust, dieses Video in der Stille zu beginnen, denn ich schaue ja jetzt, ich hab so einen großen Fernseher, das letzte Mal übernommen, als ich in diese Wohnung kam. Und darauf schaue ich aber jetzt nur noch YouTube-Filme und manchmal noch etwas Netflix, aber hauptsächlich YouTube. Und ich mag es, wenn es ruhig ist, wenn die Bilder zu schnell wechseln, wenn zu hektisch gesprochen wird, zu viel Bewegungen, dann macht mich das immer noch ein bisschen unruhig. Ja, herzlich willkommen. Visionsvideo. Meine Arbeitsweise ist so. Servietten von meinem Lieblingscafé, wenn es kommt, dann kommt es halt und wenn ich meine Vision habe oder arbeiten möchte, dann arbeite ich immer mit dem, was da ist. Ich habe euch, einerseits habe ich euch Fragen gestellt auf Telegram, also sprich, was ihr für Fragen habt zum Weltgeschehen. Das sind diese zwei Seiten hier, wo ich mal zusammengefasst habe. Und das ist meine Visions-Tablette, würde ich sagen, Serviette vom 20.07. Und heute Abend findet meine erste Live-Energie-Übertragung, Erhöhungs-Energie, findet statt. Und es haben sich eingeschriebene Teilnehmer auf allen Kanälen ca. über 1.500 und Teilnehmer, weil sie haben dann andere noch eingebettet, da sind wir jetzt über 10.000. Und ich freue mich darauf, heute Abend mitzuwirken und habe auch die Information bekommen, wie das geht. Das möchte ich euch jetzt noch gerne mitteilen. Wie ist es möglich, dass ihr eure Lieben mit eintragen konntet? Wie funktioniert das? Und die höhere Geiste gewählt hat mir dann, dass er so erklärt, dass derjenige, der die Namen der Familienmitglieder, Tiere, Pflanzen eingeschrieben hat, als eine Art Leitstelle fungiert. Das heißt, die Energie strömt vom Lichtteam mit seinem Lichtteam zu ihm, also von mir zu ihm oder ihr. Und dort wird sie nochmal wie aufgeteilt. Das finde ich ja gerade sehr interessant, weil ich habe ja die Behandlung bei Sananda gerade gemacht und er sagt ja auch, er behandelt automatisch Menschen und Tiere in deinem Umfeld mit aus deinem Haushalt. Und da kriege ich auch gerade so ein richtiges Bild rein, wie du sozusagen wie eine Antenne bei dir zu Hause fungierst und da diese Sendung von Sananda erhältst und dann selbst als Antenne wieder fungierst und diese Ausstrahlung weitergibst an deine Umgebung. Das finde ich ja gerade lustig. Das ist ja eigentlich genau dasselbe, ne? Zu all jenen, die ihr dann die Namen reingenommen habt. Da kam gleich die nächste Frage bei mir, ja, heisst denn das, dass die Energie, die zu diesen anderen Mitgenommenen weniger ist, weil sie aufgeteilt wird? Das kommt nicht unbedingt, es kommt darauf an, welche Energie auch gerade förderlich ist. Es ist wie, wenn Strom durch ein Draht läuft und durch mehrere, dann ist es immer gleich viel Strom. Also es ist unglaublich, diese Mechanismen, ja, einfach nochmal kurz, weil ich möchte immer die Wirkungsweise wissen, wie solche Energieübertragungen funktionieren, warum das so effizient ist, ja. Das ist interessant. Dann wäre es eher doch nicht das Modell von der Antenne, weil Radio, also richtige Frequenzaussendungen werden ja im Raum dann weniger, ne? Also egal, ob es jetzt Lautstärke ist oder Licht zum Beispiel, das wird alles dann mit der Zeit, umso weiter es sich im Raum dann aufteilt, austeilt, umso weniger schwächer wird es ja dann, ne? Genau. Das heisst, es funktioniert doch anders, es funktioniert dann bei allen gleich. Ist auch ein schönes Beispiel, was sie gebracht hat mit dem Strom. Stangensellerie frisch gepresst, mit Blattspinat und Petersilien, ein bisschen Fruchtsaft und Wasser. Ich habe noch nie so einen klaren Pipi gehabt wie heute Morgen. Also das ist absolut zu entgiften. Ich bin gerade in der Umstellung auf Rohkost, 100% fast. Ne, das ist aber gut, stimmt. Am Morgen ist der immer gelb. Also, das hat sie mir gerade ins Gesicht. Je nachdem, wie viel man trinkt. Okay. Das heisst, ich bin seit Tagen in der Vorbereitung für heute Abend, um da das höchstmögliche Potenzial da auch in mir zu entfalten, dass ich da so viel Energie wie möglich euch schicken darf. Und jetzt kommen wir zum Thema von diesem Video. Visionen. Ich möchte da, bevor ich die Fragen-Antwort-Video, vielleicht gibt es ein zweites, ich bin noch nicht sicher. Jetzt rutsche ich fast weg. Moment kurz. Bitte um vollständigen Schutz, dass nur die Informationen fließen, die zum Wohle des Ganzen sind. Ich habe viele Tage überlegt, ob ich dieses Video machen soll, weil es Komponente drin hat, die etwas heikel sein könnten bei der Veröffentlichung hier auf YouTube. Und ich vertraue jetzt einfach darauf, dass die Informationen kommen, die zum Wohle des Ganzen sind, auch zu meinem Wohle. Da habe ich ja auch immer so ein bisschen Angst vor, dass mir vielleicht doch mal, weil ich mit diesem Kanal hier jetzt super happy bin und nicht möchte, dass der gelöscht wird. Da hatte ich ja natürlich auch mal ein bisschen Angst vor, dass ich nochmal Sachen sage, so die YouTube nicht gefallen und dann der Kanal hier gelöscht wird. Weil ob ich dann nochmal, also ich würde dann bestimmt nochmal anfangen, aber das wäre dann schon das dritte Mal, dass ich nochmal von vorne anfange auf YouTube. Und ich weiß, es gibt alternative Plattformen, wo ich eigentlich anfangen sollte, aber ich weiß nicht. Aber ich hoffe, es wird schon alles gut gehen, weil das war auch alles ein Lernprozess. Das habe ich auch in früheren Videos schon erkannt. Da habe ich sogar Nancy genannt. Warum werden viele Leute gelöscht, aber Nancy zum Beispiel nicht? Und mit Corona, das kann ich ja jetzt so sagen, ich sage ja jetzt nichts, das ist so eine Sache, man soll ja den Menschen auch nicht die Entscheidung abnehmen. Man kann aufklären und so weiter, aber man kann das schon, eigentlich ist es eher eine Herausforderung, einfach die Sachen so zu sagen. Abgesehen davon, dass man die Worte eigentlich wirklich einfach abkürzen kann mit C-Punkt oder mit Piks oder so. Ja, aber, ja, dass man eben da nicht von YouTube irgendwie eingeschränkt wird. Und das geht schon. Das geht schon. Weil, das hatte ich damals schon eben gesagt, dass viele, die diese Worte auch immer klar benutzen, dass die auch oft Angst machen. Und vielleicht ist das ja auch nicht so gewollt. Vielleicht ist das auch nicht so eine gute Sache. Und deswegen existiert das auch. Weil, das habe ich vorhin auch zu meinem Papa am Telefon gesagt, alles dient oft der dunklen und der guten Seite. Was hatten wir denn da für ein Thema? Ich weiß nicht, diese ganzen Sachen mit der Wirtschaft, jetzt Gasspeicher und so weiter. Ach so, dass die Grünen, die Grünen haben zum Beispiel jetzt, also die setzen sich ja massiv dafür ein, dass das Fleisch teurer wird. Ja, also was die Grünen machen, ist natürlich ansonsten absoluter Schwachsinn. Ja, aber dann habe ich erstmal fast eine Viertelstunde mit meinem Papa über den Fleischkonsum gesprochen. Ja. Und habe gesagt, dass ich das super finde. Von mir aus soll ein Hühnchen nicht, früher hat ein Hühnchen glaube ich 2, 3 Euro gekostet. Ein ganzes Hühnchen im Supermarkt. Jetzt kostet es laut meinem Papa irgendwie 5 Euro noch was. Ich habe gesagt, ja, mir ist das egal. Von mir aus kann es 18 Euro kosten, so ein blödes Hühnchen. Gerne. Finde ich super, weil die Menschen sollen einfach nicht so viel Fleisch fressen. Ja, und dann habe ich das ihm alles erklärt und durchgesprochen und das ist doch total nieder, nieder von den Menschen, ja, die einfach aufzufressen, die Tiere. Und in meinen Augen gibt es aber Abstufungen, ja, ich würde gerne Burger essen aus Heuschreckenfleisch. Habe ich jetzt nicht so ein großes Problem mit, weil es gibt Abstufungen, ja. Eine Ameise oder so, wenn eine Ameise, wenn du die aus Versehen zertrittst, ja gut, da passiert nichts. Die Welt ändert sich nicht, ist so. Ja, jetzt gibt es natürlich wieder die überesoterischen Menschen, die anfangen zu heulen, weil sie vielleicht ein Käfer, so ist es nicht. Ich bringe hier jede Motte, jede Motte, jede blöde Motte, die hier im Raum ist, bringe ich nach draußen, ja. Nur die ganz kleinen Motten in der Küche manchmal, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Doch, die sind, ach, ich weiß nicht, vielleicht mache ich die manchmal mit dem Handtuch weg, ja. Aber ansonsten bringe ich alle Tiere, die hier sind, immer nach draußen, so ist es nicht, ne. Aber ich finde, man muss auch nicht stundenlang heulen, weil man aus Versehen irgendwie ein Käfer, ja gut, das ist halt je nach Bewusstsein, was man gerade hat, ja. Wenn man gerade wirklich sich sehr verbunden fühlt mit der Schöpfung und der Natur, da kann man auch stundenlang heulen. Ist doch in Ordnung, natürlich. Aber man muss nicht übertreiben, ja. Und es gibt verschiedene Bewusstseine. Irgendwelche kleinen Insekten, die haben kein großartiges Bewusstsein. Da muss man nicht stundenlang heulen, weil man die aus Versehen umgebracht hat. Ja, das ist kein Mord. Also, versteht ihr, was ich meine? Ne? Das Erste, was ich gesehen habe, Visionen. Ich habe aufgrund, darum habe ich ja diese Vision hier auch aufgeschrieben, ich habe die Zeitung aufgeschlagen und da lasse ich etwas über Italien, das Schuldensystem. Und da kam meine erste Vision, und zwar, dass in nächster Zeit es eine Auflösung geben wird, was das Schuldensystem betrifft. Die Menschen werden nicht zulassen, dass die Verschuldung in das Unendliche zunimmt, welche nie wieder getilgt werden könnten. Das sind sich die Regierungen bereits jetzt bewusst. Und es wird zu einem einmaligen Auflösungsprozess kommen, was die Schuldenberge betreffen wird. Von höchster Stelle werden die weiße Regierung die Schulden bestimmter Länder erlassen. Ja. So, dass diese einen Neustart anfangen können. Es ist den Menschen bewusst, dass wenn es so weitergehen würde wie jetzt, es nicht mehr möglich wäre, das Niveau, die Lebensqualität, die Lebensweise und die Moral, die Mentalität, die Moral aufrecht zu erhalten, wenn nicht etwas geschieht wie eine Auflösung des Schuldenberges, des Systemes. Ja. Also ich sage mal so, das ist ja völlig logisch. Ich glaube, man nennt sowas Schuldenschnitt. Ja. Die Frage ist, wie wird das geschehen? Und ich muss sagen, ich weiß das auch nicht. Ich kann, ich habe irgendwie nicht so eine Anbindung, dass ich weiß, was passiert oder so. So eine Anbindung habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich kann mit den Sachen, die passieren, wenn sie dann passieren, damit kann ich 100% umgehen, habe ich gar kein Problem mit. Ich habe null Angst vor der Zukunft und kann mit dem, was passiert, super umgehen und weiß sofort, warum das passiert und was die Lösung vielleicht auch ist, ja. Aber ich weiß nicht, was kommt. Keine Ahnung. Ich verstehe nur die ganzen Sachen, warum sie dann so sind, ja. Zum Beispiel muss es ja jetzt so sein. Die Menschen sollen ja jetzt kapieren, durch diese, das ist ja das mit der Wirtschaft, mit den Lieferproblemen und so weiter und so fort, das dient ja alles nur dazu, die Menschen aufzuwecken und auch die hohe Inflation. Ja. Und deswegen macht es jetzt nicht unbedingt Sinn, wenn es einfach nur einen Schuldenschnitt geben würde, dass die EU oder die Regierung sagen, so die Europaländer mit 20% Inflation, Italien und so weiter, ne, dass die jetzt alle einen Schuldenschnitt kriegen und dass dann alles so weiterläuft wie bisher. Das ist nicht Sinn der Sache, ne. Es existiert ja alles aus einem bestimmten Grund, was da gerade passiert mit dem Geldsystem, ja. Mal gucken. Dies ist einer der ersten Erneuerungsschritte in eine neue Regierung und dies wird einmalig auf der Welt sein. Welche Länder, es werden erst wenige Länder hineingenommen werden. eher kleinere Länder, auch um zu sehen für die Regierung, für die oberen Schichten, wie die Menschen damit umgehen werden. Es will ja nicht ausgenutzt werden. Das ist Punkt eins meiner, der Vision, nicht meiner Vision. Also kann ich jetzt gar nicht zu viel sagen, weil das könnte auch einfach nur, wenn, also es könnte sein, dass das das ist, was passiert. Aber das muss nicht positiv sein, leider, weil die Regierungen und die Weltelite macht Experimente. Für die ist alles, was auf der ganzen Erde passiert, da ist ja nicht Zufall und alles ist ein Experiment bisher der dunklen Elite. Die Dunkelheit hat leider die letzten 5000 Jahre geherrscht auf der Erde. Wir haben 5000 Jahre Kali-Yuga, laut den vedischen Schriften oder laut allen Schriften. Es ist einfach so, Rhythmus und Zyklus von Gott gemacht. Und die Dunkelheit hat hier geherrscht und die haben alles als Experiment gemacht. Und so gibt es Experimentierfelder. Die ganze Erde ist für die große Regierung, die Hintergrundregierung, ein Experimentierfeld. Da hat man zum Beispiel Schweden, wo das Bargeld schon abgeschafft ist. Die Schweden lassen sich schon Chips einsetzen von Banken und so weiter, womit sie ihre Tür öffnen können und so weiter. Und die haben auch kein Bargeld mehr. Und die sind auch bei Corona deswegen einen anderen Weg gegangen. Die hatten fast keine Beschränkungen, die Schweden. Warum denn eigentlich? Vielleicht, weil sie schon so fortgeschritten sind mit ihrem bargeldlosen Verkehr? Weil sie sich schon eingeordnet haben in dieses Finanzsystem, was kommen soll? Und so gibt es Experimentierfelder ohne Ende. Die europäischen Länder, die haben noch mehr Freiheiten als zum Beispiel asiatische Länder. China, da ist der Zwang schon riesengroß. Die haben, da kann es auch mal sein, dass du wirklich wegkommst, wenn du irgendwie den Staat kritisierst oder irgendwas. Sowas haben wir in Europa noch nicht so richtig. Vielleicht verdeckt, ja. Manche Menschen schon vielleicht, ja. Aber die Masse nicht. Also so haben wir überall Experimentierfelder auf der Erde. Und so kann es natürlich sein, dass dann einzelne kleine Europaländer oder so schon da in so ein Finanzsystem überführt werden, was Nancy hier gerade sagt. Aber das muss nicht unbedingt positiv sein. Das kann dann immer noch Experimentierfeld von der dunklen Seite sein, ja. Und ich sehe das ja so, das wisst ihr ganz genau. Ich sehe das so, dass der Druck insgesamt auf der Welt zunehmen muss. Denn nur im größten Druck werden dann die schönsten Diamanten geschliffen oder Diamanten gemacht, entstehen, ja. Die dann vom System, vom Leben, wie auch immer geschliffen werden. Und meiner Meinung nach muss sich der Druck erhöhen in allen Bereichen, damit die Menschen aufwachen, das erkennen und sich dann aber auch selber Alternativen zuwenden. Und in meinen Augen gibt es für alle Menschen keine Alternative außer zum Beispiel das Königreich Deutschland, ja. Jeder Mensch kann auch glücklich werden alleine, kann sich alleine durchkämpfen. Aber wenn man irgendwann nur noch kaufen oder verkaufen kann, wenn man das Zeichen des Tieres trägt, dann wird es schwierig alleine. Dann wird es ganz schwierig, ja. Und deswegen, meiner Meinung nach, erhöht sich jetzt überall der Druck, damit die Menschen zum Beispiel das Königreich und Peter als, also vor allem das Königreich als Alternative anerkennen und das nutzen, ja. Weil eben irgendwann diese Sachen kommen mit dem Finanzsystem, was Nancy hier vielleicht gerade sagt, dass eben dann Experimente gemacht werden. Eigentlich ist der Weg so, dass die Zentralbanken auf der Welt dann die ganzen Währungen, die es jetzt gibt, das sind ja keine Währungen, Währungen kommt ja von, äh, Währung kommt ja von etwas Gewähren, nämlich ein Recht auf Konsum und das hat ja eine Währung nicht mehr, sondern eine Währung ist nur noch ein Zahlungsmittel. Und, äh, eigentlich ist es so, dass die Zentralbanken dann überall das, was da gerade ist, also Dollar, Euro und so weiter, Yuan, dass die das alles in ein Zentralbankgeld ummünzen und das dann erst mal der nächste Schritt ist und dann kommt die Wahrgeldabschärfung und so weiter. Ähm, das ist alles schon geplant. Da gab es eine Zeit lang, gab es jede Woche Artikel über den E-Euro, den elektronischen Euro oder Zentralbank-Euro. Das ist jetzt sehr eingeschlafen, fällt mir auf. Da kam gar nichts mehr. Eine Zeit lang habe ich da jede Woche fünf Artikel zugelesen, dass bald der E-Euro kommt. 2023 oder so. Ja, ist auf jeden Fall sehr eingeschlafen, das Thema. Naja. Informationen kommen aus einer Ebene, aus einer sich selbst verwirklichten Ebene, aus der nahen Zukunft. Es ist aber die Ebene aus der optimalsten, aus der optimalsten entwickelten Zukunft dieser Erde in nächster Zeit. Ja, wird sich zeigen, wie das passiert. Die heutige Jugend hat bereits neue Schritte eingeleitet für eine neue Berufswelt. Dies ist überall schon nachzulesen. Die Jungen sind nicht mehr gewählt, ein volles 100%-Pensum zu erfüllen, zu den Bedienungen denn der Arbeitsgeber. Das stimmt. Die zweite Vision ist, dass die Jungen und dazu gehören aber auch die Innovativen der älteren Generationen, wissen, dass sie auf der gleichen Ebene sind wie die Arbeitsgeber. Vom Wert her. Das stimmt. Und deshalb ist es nicht mehr möglich, dass der Begriff Chef, Oberhaupt, Arbeitsgeber, Arbeitsnehmer, dass dies in Zukunft noch geben wird. In nächster Zukunft, das ist die zweite Vision, der Wandel folgender. Die neue Generation und dazu gehören auch die innovativen erwachten Menschen, jeglichen Alters, ich habe jetzt kein anderes Wort als fordern, angenehme Arbeitsverhältnisse oder Wirkungsverhältnisse in ihrem Wirkungsfeld. Das stimmt. In nächster Zeit werden sie selbst, also Teile davon, für sich aussuchen, wie viel sie verdienen möchten. Die Arbeitsgeber und die Arbeitnehmer werden auf der gleichen Höhe miteinander agieren. Dies bewirkt, dass es keine Ausnützung mehr gibt einer Partei. Das finde ich toll, weil da hat sie absolut recht, ja, das ist echt ein Punkt, stimmt. Die Jugend heute, die ist auf jeden Fall schon anders drauf, logischerweise. Jede Generation entwickelt sich ja weiter und ist anders drauf. Und da hat sie wirklich recht, ja, die Menschen, die haben mehr Selbstwert. Manchmal haben die jungen Menschen auch sehr viel Selbstwert. Aber, oder ich weiß nicht, ob es dann Selbstwert ist oder Ego. Aber ist egal, auf jeden Fall ist es auch in Ordnung, weil es finde ich auch wirklich sehr gut, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ja, die Arbeitgeber sind nicht besser. Das sind nicht irgendwelche Könige, die den Arbeitnehmern vorschreiben können, wie Sklaven, was sie zu tun und zu lassen haben. Und, ähm, andererseits muss ich sagen, ja, es macht schon alles Sinn, weil die jungen Menschen, die sind wirklich manchmal weiter und die wissen zum Beispiel einfach mit Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube, wissen die einfach mit relativ wenig Arbeit damit gut leben zu können, reich zu werden, wie auch immer. Da haben die schon manchmal echt viel Talent, diese jungen Menschen. Andererseits zum Beispiel haben wir das wirklich in allen Bereichen, dass wirklich da, wo was geleistet wird, dass da die jungen Menschen aber auch keine Lust mehr drauf haben, ja. Also der junge Mensch, der möchte kein Müllfahrer mehr werden oder der möchte vor allem kein Handwerker mehr werden, ja. Und das ist natürlich, also wie gesagt, das ist völlig in Ordnung, viele Entwicklungen, die da gerade passieren. Aber, es ist auch so ein bisschen, hm, aber das ist alles völlig in Ordnung, weil es macht total Sinn. Weil die Handwerksberufe und so weiter, die sind ja völlig unterbezahlt. Die Arbeitsbedingungen sind ja völlig schlecht in diesen Berufen. Und deswegen ist eigentlich völlig auch verständlich, dass das so ist, ja. Und dass, wenn man wieder in der Zukunft in der Handwerk, in handwerklichen Berufen arbeiten will, dass man dann auch viel bessere Arbeitsbedingungen haben sollte, ne. Und das ist auch völlig okay, weil wenn jetzt keiner mehr Handwerk machen will, dann wird es dafür irgendwann horrende Preise geben. Wer dann noch handwerklich begabt ist und irgendwas machen kann, der wird dann auch horrende Preise nehmen können. Deswegen ist das wieder alles völlig in Ordnung und macht auch total Sinn, was sie sagt. Dass die jungen Menschen sich dann ihr Arbeitsfeld und so weiter, ihr Geld selber einfordern. Das macht alles, ist, finde ich super. Hat sie, genau, hat sie recht. Das bewirkt aber auch, dass diejenigen, die für jemanden mitwirken, arbeiten, loyaler sind, körperlich fitter, weniger nicht erscheinen. Ach so, da fällt mir gerade ein, weil sie es gerade sagt, weniger nicht erscheinen. Sorry, ich will ja nicht so oft reingrätschen hier, aber das muss ich euch noch erzählen. Ich habe vorhin so einen kleinen Artikel gelesen, da stand wirklich, der deutsche Rechtsstaat ist kurz vor dem Zusammenbruch. Warum? Weil sich zum Beispiel jeder Berliner Beamte mehr als fünf Wochen im Jahr krank schreibt. Wenn man sich jetzt mal überlegt, die haben, weiß ich nicht, fünf oder sechs Wochen Urlaub, sind dann noch mehr als fünf Wochen krank. Ja, wann arbeiten die eigentlich nochmal? Deswegen, von mir aus soll es auch alles abgeschafft werden, diese Beamten, ne? Ich will nicht sagen, ich hasse die, aber habe ich im letzten Video, da war ich ja auch ein bisschen aufgebracht so, da habe ich gesagt, wie die da in den Büros sitzen mit ihrem Kaffee und, ne, bleh, finde ich ganz, hm, ich will jetzt nicht sagen eklig, aber mag ich nicht, mag ich nicht. Menschen, die nichts Festes schaffen, ja, ist ja klar, es muss ja auch Menschen in der Verwaltung geben und so weiter, ist völlig in Ordnung, aber nicht in der Verwaltung, wie wir sie haben, das ist einfach nur schwachsinnig und deswegen, und wenn ich die Menschen dann sehe, dann, dann sehe ich ja auch, dass es den Menschen überhaupt nicht gut tut, darum geht es mir ja, nur darum, ich finde nicht die Menschen eklig, die da arbeiten, darum geht es nicht, ja, ich hoffe, das versteht ihr, wenn ich sowas sage, ne, mir geht es darum, dass es den Menschen nicht gut tut, die Menschen werden total entfernt von ihrem inneren Wesenskern, wenn sie da als fette Beamten sitzen, mit ihrem Beamtengehalt, Kaffee saufen und ihr Leben genießen, das bringt die Menschen überhaupt nicht weiter, ne, das meine ich damit. Die wohlwollend sind gegenüber denjenigen, die ihnen diese Arbeit geben möchte. Das Niveau im Arbeitsreich wird sich sehr stark dieser jugendlichen, frischen und den erwachten Personen verändern, positiv verändern. Die Leute wissen, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens, momentan noch, solange noch die finanziellen Mittel hier gebraucht werden, die meiste Zeit des Lebens während ihrer Arbeitszeit verbringen. Diese möchten sie aber nun für ihre geistige, mentale und körperliche Gesundheit so gestalten, zu gestalten, dass es für sie angenehm ist. Sie wissen, dass sie nichts mehr, es kommt immer mehr aus dem Modus, es muss etwas sein. Ich muss arbeiten für Geld, sondern sie wissen, es ist freiwillig für ihren Lebensunterhalt. Sprich, das ist eine Unterversion der zweiten Vision, die Gedankenmuster werden aufgelöst. Erstens, ich muss arbeiten für meinen Lebensunterhalt. Zweitens, ich muss viel arbeiten für meinen Lebensunterhalt. Drittens, ich muss Dinge akzeptieren, damit ich meinen Lebensunterhalt bewerkstelligen kann, die mir nicht gefallen. Und so weiter und ins Unendliche. So bitten wir dich, die positive geistige Welt, bereits jetzt um die tägliche Überprüfung deiner Gedankenmuster, was das Finanzielle und die Arbeitswelt betrifft. Ich unterbreche nochmal ganz kurz, weil ich komme so langsam in meine Kraft. Und deswegen kann ich so langsam ganz gut von dem leben, was ich so im Leben hervorbringe, sage ich mal. Aber ich hatte auch sehr, sehr viele Jahre, so die letzten Jahre, ich weiß nicht, die letzten acht Jahre so, hatte ich auch irgendwie ziemliche, naja, nicht Existenzängste, aber ja, ich bin halt auch ein junger Mensch und ich musste auch irgendwie sehen, wie ich klarkomme, weil ich bin ja dann eigentlich schon mit 18 mehr oder weniger direkt nach der Schule raus von zu Hause und war dann ein Jahr oder über ein Jahr im Königreich. Und danach bin ich wieder nach Berlin und dann habe ich ein halbes Jahr bei einem Kumpel gewohnt und so weiter und so fort und ich musste immer dann sehen, wie ich klarkomme mit dem Geld. Und ich hasse das wirklich, das ist so blöd, wenn man, das ist so eklig, ja, wenn man seinen Unterhalt, das ist wirklich, das hält dich im Leben unten. Wenn du ein bisschen Unterhalt verdienen musst, dein Lebensunterhalt, das hält dich wirklich unten. Und das finde ich ganz, ganz traurig, dass das so ist. Und ja, das würde ich so toll finden, das wird sich auf jeden Fall ändern, das wird sich ändern, das weiß ich, ne. Weil in der Zukunft wird alles logisch, das ist ja das Toll. Wir kommen jetzt in eine Zeit, wo alles wieder logisch ist, weil Gott auch logisch ist und deswegen wird man logischerweise nicht um sein Überleben kämpfen müssen mit Arbeit, ja. Naja, ich würde euch zum Beispiel, ich habe euch ja noch gar nicht gefragt, ich würde euch auch so gerne mal fragen um eine kleine Spende, weil wenn jeder Abonnent hier ein paar Cent spendet, dann könnte ich mir zum Beispiel eine Palmbadlesung leisten. Also die könnte ich mir auch so leisten, aber ja gut, 300 Euro einfach so auszugeben, weil man sagt, ja, ich habe jetzt Bock. Ja gut, dafür bin ich halt zu sparsam, ne, weil musste ich auch lernen, habe ich gelernt, sparsam zu sein. Und, äh, ja, deswegen, ich würde mir zumindest wünschen, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das wollt, wenn euch das Video irgendwas bringt oder gefällt, weil dann, wenn ich irgendwann die Abonnenten voll habe, dann gibt es hier zumindest ein bisschen Werbegeld von YouTube und dann kann ich, äh, damit auch arbeiten. Ja, umso größer der Kanal wird, umso mehr kann man verändern. Geld an sich ist nicht schlecht, nur das Geldsystem ist schlecht, deswegen hätte ich natürlich gerne sehr viel Geld, am liebsten sehr viel Multimilliardär, weil dann könnte ich auch sehr viel bewegen. Ist ja logisch. Arbeiten, das Wirken. Noch nicht alle, nicht alle leben ihre Berufung, ihre freiwillige Berufung, dann ist es auch keine Arbeit mehr. Freizeit, Hobby, Sonntage, Werktage, Zeit fallen dann weg. Klar, wenn du deine Berufung gefunden hast, dann kannst du immer arbeiten. Das ist ja keine Arbeit mehr, deswegen ja, Nancy sagt's, dann kannst du auch am Sonntag arbeiten, weil es ist ja deine Berufung, ne. Das ist aber etwas, was in spät, also das braucht noch etwas mehr dann. Moment. Also, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das beinhaltet auch nochmals einen Unterpunkt, das Homeoffice etc. Dafür ist ja die Corona-Zeit, die Corona-Epoche zu uns gekommen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, von diesen Konstrukten in ein Büro fahren, mit einem Auto, mit einer Autobahn, mit Stau, Verkehr oder öffentlichen Mitteln, dies aufzulösen. Es braucht es nicht mehr. Schlichtweg ist nicht nötig. Das ist auch der Grund, warum sehr viele Arbeitsgeber beim Modell des Homeoffice bleiben. Sie merken, dass die Menschen, die Arbeitnehmer glücklicher sind, weniger krank sind, weil sie mehr Zeit zur Verfügung haben. Sie arbeiten, machen kurz die Wäsche, machen das Mittagessen für die Kinder, sie haben einen sozialen Kontakt mit ihren Familienmitgliedern und arbeiten dann vielleicht mal nachts zwölf bis ein Uhr. Es ist diese Freiwilligkeit, das Vertrauen, was den Arbeitnehmern nun immer mehr geschenkt wurden. Auflösung hier eines Musters von Arbeitsgebern ist, ich muss meine Arbeitsnehmer kontrollieren, weil sie sonst nicht effizient für mich arbeiten. Dies wird nun aufgelöst und ersetzt. Das heißt, ich vertraue meinen Mitarbeitenden, dass sie eine gute Arbeit abliefern, zum Wohle von mir und von ihnen selbst und vom Geschäft. Klar. Wenn man sich alleine überlegt, wie viel Zeit man wirklich manchmal im Auto verbringt zur Arbeit, das ist ja bei manchen Menschen unglaublich. Ich habe mal so eine kleine Doku gesehen auf YouTube. Manche Menschen reisen jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit hin und dann aber auch wieder zurück. Die sitzen, ohne Scheiß jetzt, jeden Tag vier Stunden, ich glaube da waren welche, die noch länger, fünf Stunden, sitzen jeden Tag in Auto und Bahn, zur Arbeit und zurück. Fünf Stunden, ohne Witz, jeden Tag. Alter. Blackout. Von daher ist Homeoffice schon okay, solange die Menschen nicht fetter werden oder so, weil sie nur zu Hause sitzen, ist es in Ordnung. Ja, wenn man Familie hat, dann sicherlich schön. Vision, die ich gehabt habe, gibt es Blackouts, Stromausfälle, Verlagerungen, Benzin etc. Wie sieht es mit den Ressourcen aus? Brauche ich Vorräte anzuhäufen? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Dritte Vision. Um es auf den Punkt zu bringen, du bist genau dort, wo du sein sollst, wo es deiner Entwicklung dient. Wenn du etwas tun sollst, um für deine Sicherheit, körperlich, mentale Sicherheit zu sorgen, so wirst du eine innere Stimme bekommen, die dir dazu rät, Bargeld, Vorräte etc., Kerzen, Batterien, whatever, zu kaufen. Ich selbst bin vor zwei Jahren auf äußere Visionen von anderen Medien, Menschen hereingefallen, die gesagt haben, man müsse jetzt Strom, man müsse jetzt Kerzen kaufen, man müsse jetzt Bargeld zu Hause haben, man müsse Holz. Bullshit. Jeder Mensch, jede inkarnierte Seele hat eine andere Funktion und andere Bedürfnisse und eine andere Aufträge. Jeder wird für sich alleine spüren, wann es Zeit ist, erstens den Ort zu wechseln, zweitens das Einkommen zu generieren oder zu wechseln, drittens Vorräte anzuschaffen oder Maßnahmen zu ergreifen. Du spürst das intuitiv. Um da wirklich angedruckt zu sein, ist das Einzige, was ich dir als Impuls geben kann, sei mit dir selbst in Kontakt, öffne deinen Kanal zu deinem allerhöchsten Ich, zu deinem göttlichen Bewusstsein und du wirst immer wissen, was zu tun ist, hier und jetzt, in dieser Minute. Wenn du zu den erwachten Menschen auch gehörst, die nicht mehr an Zufälle glauben, so wisse, dass alles, was geschieht, in Absprache mit deiner Seele ist. Wie könnte dir etwas geschehen, weil du verpasst hast, Milch zu kaufen oder Brot oder Bargeld abzuheben? Ja gut, also ich gebe ihr 100% Recht. Jeder Mensch hat, oder wir alle haben wirklich so ein unterschiedliches Leben und wir haben auch so unterschiedliche Voraussetzungen. Der eine lebt auf dem Land, der andere in der Großstadt, der eine hat viel Geld, der andere nicht, der eine hat einen Job, der andere nicht. Der eine braucht viel, der andere nicht. Ich habe zum Beispiel auch mir manche Sachen einfach, ich habe mir zum Beispiel auch einfach genügend Shampoo gekauft, genügend Feuerzeuge, Kerzen, geht so, weil ich die Dinge sowieso verbrauche. Und da habe ich mir gesagt, weißt du was, wenn man viel davon kauft, wird es eh günstiger. Also kaufe ich mir gleich eine Menge. Also kaufe ich mir gleich 200 Feuerzeuge. Ja mein Gott, die kosten, da sparst du dann sozusagen 70, 80% gegenüber dem Preis, den du im Laden bezahlst, wenn du gleich 100 oder 200 Stück kaufst, einfach bei Ebay. Ja, deswegen kein Problem. Und die werde ich sowieso in meinem Leben verbrauchen, die Feuerzeuge. Oder du verschenkst auch mal ein paar oder so. Oder bei anderen Sachen. Ich habe einen Kumpel, der hat kein Internet. Dem habe ich euch erzählt. Dem bestelle ich immer die großen Packungen Räucherstäbchen. Ja, oder dem bestelle ich hier diese Long, hier zum medizinischen Cannabis-Konsum. Natürlich nur zum medizinischen Schmerz-Cannabis-Konsum. Die großen Blättchen, die kosten ja überall in der Tankstelle und im Shop, wo es die gibt, so, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe die noch nie so gekauft. Da kosten die, glaube ich, 1,80 Euro mindestens. Im Internet bekommst du so eine Großpackung davon, da kosten die nur 1 Euro statt 2,40 Euro. Manchmal kosten die 2,50 Euro, die kleinen Packungen, ne, mit diesen zum Drehen von Cannabis-Tioretten, ne. Also man spart einfach total viel. Ja, genau. Nee, jeder hat einfach eine unterschiedliche Position im Leben. Und, äh, das Wichtigste zum Beispiel, Wasser. Wasser für Blackout oder so, habe ich gar nichts. Ich habe gar kein Wasser-Vorrat. Aber, ich habe zum Beispiel ganz viel von diesen, ähm, Wasserfiltern. Ich habe so einen Wasserfilter mit Aktivkohle-Filtern. Einfach nur zum Reinsetzen. Kennt ihr so was ganz Günstiges aus dem Supermarkt oder Internet. Kann man für 20 Euro bestellen. Und ich weiß genau, ey, wenn es kommen würde, ich hätte auch Wasser zum Trinken. Ich würde mir hier aus meinem Baggersee, der hat eine gute Qualität. Das würde ich von mir aus auf dem Feuer, wenn es wirklich hart kommt, kein Wasser mehr da ist. Dann würde ich das draußen auf dem Feuer kochen. Und dann würde ich das danach mit dem Topf durch meinen Aktivkohle-Filter gießen. Und dann könnte ich das auch trinken. Also ich mache mir da auch gar keine Sorgen, ne. Aber das wäre ja dann schon Blackout. Das würde ja schon heißen, nichts mehr funktioniert. Ja, und dann würde es wirklich große Probleme geben. Aber so, da hat Nancy völlig recht. Und da habe ich zum Beispiel bei mir auch gar nicht den Impuls, dass ich wirklich Lebensmittel brauche. So für eine Krise, dass es keine mehr gibt oder so. Dabei könnte ich locker, wie gesagt, 2, 3, 4, 5 Wochen überleben. Ja, ich habe bestimmt 2 Kilo Schokolade zu Hause. Ich habe bestimmt 10 Kilo pflanzliches Proteinpulver für den Sport. Das heißt, ich hätte schon mal genug Kohlenhydrate und Proteine für eine lange Zeit. Gerstengras habe ich auch noch. Da sind jede Menge Mineralien drin. Reis habe ich auch ein paar Kilo. Also im Endeffekt braucht man sich da nicht viel Gedanken machen. Aber Peter Denk, da kann ich nur dieses Interview von Peter Denk empfehlen. Es kann alles passieren. Es hängt von den Menschen ab. Es kann, wenn es, stellt euch mal vor, ein großer Sonnensturm. Ein großer Sonnensturm, das Stromnetz bricht zusammen. Dann ist hier richtig dunkel. Dann ist richtig Ende. Also ich meine dunkel im Sinne von Katastrophe. Wenn die Menschen, die Supermärkte können nicht mehr arbeiten. Wenn kein Strom ist, dann gibt es keine Supermärkte mehr. Dann haben die Menschen nichts zu fressen. Der normale Mensch, der hat ja nicht vorgesorgt. Der kann ja nur ein paar Tage überleben ohne Supermarkt. Und wenn die Menschen alle nichts mehr zu essen haben, da muss ich leider auch an gewisse Menschen denken. Ich habe heute im Radio gehört, dass hier ein Somalier, ein Somalier, na gut, das soll jetzt nicht gegen ausländische Mitbürger sein, aber die haben eine andere Mentalität. Ja, und ich glaube, wenn die zum Beispiel alle nichts mehr zum Essen haben, dann kann es hier richtig duster werden. Also war heute im Radio. Ja, tut mir ja leid. Ich habe gar nichts gegen Ausländer, aber kam heute im Radio in Somalier, wurde zu irgendwas verurteilt, weil er drei Frauen umgebracht hat. Ja, Kulturbereichung ist da auf jeden Fall. Und elfmal und noch versuchter Mord. Ja, dreimal hat es geklappt und elfmal versuchter Mord an Frauen. Ja, also diese Kategorie von Menschen, die ist natürlich nicht so lustig. Und wenn die nichts mehr zu essen haben, dann wird es böse, sage ich mal so. Aber ich habe das auch nicht so im Gefühl, dass hier ein großer Blackout kommt oder so. Mal gucken. Ich bin gespannt. Gut, Sie sagen mir auch gerade, wenn du nicht auf deine inneren Stimme hörst und sie kommen immer wieder, dann geben sie da mehrere Chancen oder dann kann auch ein Input von außen kommen. Das ist die letzte Instanz. Die äußere Welt, die sichtbare Welt, ist immer eigentlich für unseren Verstand, wenn wir nicht auf unsere innere Stimme hören wollen. Also, ich mache es jetzt so, ich kann nur von mir reden. Ich bin alles am Verkaufen. Ich habe jetzt nur noch dieses Sofa, das habe ich noch nicht verkauft und die sechs Kristallstühle, die ich noch habe, wurden auch nicht verkauft. Also Interessenten können sich bei mir melden, sonst ist alles weg. Ich habe das aber gemacht, um Platz zu machen und ich bin eine kleine Nomadin und werde in Zukunft überall ein bisschen sein und brauche keinen Besitz mehr, denn ich habe alles in mir. Also, das ist zu meinen privaten Umständen, wie wo ich leben werde, auch die Tiere, da kommt ein anderes Video. Nochmals, Vision 3 Blackout. Noch mal ganz kurz, lustiges Bild. Also, ich fühle mich immer total gut, wenn ich Sachen ausmustern kann, alte Klamotten oder wirklich auch alten Schreibkram oder irgendwelche alten Sachen. Ich fühle mich so gut, wenn ich was wegschmeißen kann. Aber ich glaube, ich bin da eher so ein Minimalist. Also, ich habe nicht viel. Ich habe eine Einraumwohnung. Ich habe ein paar Dinge. Aber darüber freue ich mich. Deswegen, wenige Dinge, mit denen man wirklich was anfangen kann und worüber man sich freut und die vielleicht eine gute Qualität haben. Das ist toll. Das ist auf jeden Fall mein Ding. Ja, es verändern sich massiv die nächste Zeit die Strukturen, Erdlinien, also die Sachen auf dieser Erde. Aber nichts ist zu befürchten, denn du bist immer genau, wo du sein sollst und alles, was du benötigst, ist um dich herum. Für dich ist in perfekter Weise gesorgt. Dein Lichtteam schaut für dich und deinen Schutz. Mental wie körperlich, aber auch wie fühle ich das Finanzielle. Du hast immer alles, was du brauchst. Ganz wichtig. Wenn du den Impuls bekommst, etwas zu tun, dann tust du es. Es ist sicher nicht schlecht, ein bisschen autark langsam zu werden. Ich habe auch ein Bedürfnis, Solarstrom zu produzieren, wenn ich dann nachher mal unterwegs bin, auf dem Dach meines Autos. Ich bin gerade am Schauen. Solche Tools finde ich gut. Ein Traum. Ein Traum. So ein Camper mit Solarmodulen drauf. Das ist wirklich ein Traum. Meine Tante, die reist immer sehr viel in der Welt rum. Die fahren nach Kroatien und überall hin. Ihre Freundin ist Zahnärztin. Die hat natürlich auch genug Geld, um sich das zu holen. Aber die haben auch tolle Sachen sich angeschafft. Erstmal einen tollen Camper und dann auch so Solarmodule, die wirklich komplett beweglich sind und dich komplett unabhängig machen. Da hast du wirklich so eine zwei Quadratmeter große Fläche und kannst damit wirklich so einen richtigen Akku, ein dickes Ding vollladen. Also sozusagen vergleichbar mit einer Autobatterie. Ein bisschen größer als eine Autobatterie. Richtig mit Henkel so. Sieht aus wie so ein tragbares Radio. Und das Ding, das hat natürlich Strom. Damit kannst du wirklich kochen. Deine Handys, alles, Laptop aufladen, alles. Und das ist natürlich der absolute Oberwahnsinn. Aber ich weiß nicht, was kostet. Es wird schon was kosten. Ich weiß es nicht. 500.000 Euro, keine Ahnung. Aber das ist natürlich der Knaller. Und sowas kann man sich ja eigentlich auch so anschaffen. Ich meine, für Reisen ist das super optimal. Da ist man komplett unabhängig von allem mit diesem Strom-Solarmodul. Und ja, für eine Krise ist es natürlich auch optimal. Tolle Sache. Aber nichts hat Eile. Ich hoffe, dies dient dir. Punkt 4, Vision. Ich habe das Moment. Verschiebung der Erdoberfläche. Da muss ich mal kurz nochmal reingehen. Das sind aber auch alles spannende Themen. Ich bin auch so gespannt. Mensch, es gibt so viele Prophezeiungen, dass England von einer riesen Flutwelle getroffen wird, dass viele amerikanische Städte komplett versinken im Meer. Es gibt so viele Prophezeiungen. Die von Ölmeier, die bösen Prophezeiungen, werden ja wahrscheinlich alle nicht mehr eintreten. aber ich bin sehr gespannt, weil ich muss sagen, im Moment kommt es mir gerade sehr ruhig vor auf der Erde, oder? Man hört ganz wenig über Katastrophen und so, was ich eigentlich ein Ding finde, weil wir leben in der Endzeit der Menschheit und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, muss ich sagen. Es könnte natürlich auch nur die Ruhe vor dem Sturm sein, dass die Menschen jetzt wirklich nochmal Zeit haben, in sich zu gehen, bevor es dann richtig losgeht. Aber ansonsten ging das wirklich schon immer nach oben mit den Katastrophen. In Amerika zum Beispiel gab es seit den Wetteraufzeichnungen so viel, also da hat sich zum Teil die Wirbelsturmanzahl oder die Orkanen, was die da haben da drüben, das hat sich wirklich pro Jahr manchmal um 100% vermehrt, also verdoppelt. Das war Wahnsinn. Und jetzt kommt es mir gerade sehr ruhig vor. Aber ich glaube, diese Tornadozeit und so, die kommt jetzt auch noch erst in den USA, wo vom Meer dann im Sommer, glaube ich, kommen dann immer diese Stürme vom Meer in den USA. Aber trotzdem, man hört zurzeit gar nichts, keine Erdbeben, keine Vulkanausbrüche und so. Obwohl letztens, da gab es schon noch Erdbeben, wo auch einige Menschen gestorben sind. Aber trotzdem kommt es mir gerade sehr ruhig vor. Die Erdplatten? Crystal, er legt sich die ganze Zeit auf den Rücken. Ich zeige euch das noch mal kurz. Ja, wenn wir Glück haben, haben wir natürlich auch einen sehr sanften Übergang. Das sage ich ja immer, es hängt vom Bewusstsein der Menschen ab. Und das kann natürlich auch alles sehr sanft werden. Es kann sein, ich glaube, ich habe gerade das Gefühl, es geht halt wirklich auf die individuelle Ebene. Weil es bringt ja Gott und der Schöpfung und uns allen nichts, wenn ganze Länder platt gemacht werden. Es bringt ja nichts. Sondern es geht um den individuellen Fortschritt von jedem selbst und die Entwicklung, die geistige. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, auf der ganzen Welt jetzt die Wirtschaft kaputt zu machen, die normale Wirtschaft, die Schwerindustrie und so weiter, damit der Mensch wieder in seine Kraft kommt, damit viele kleine Menschen ihre Berufung leben, ihre Talente leben, Handwerker und so weiter und so fort. Damit die großen Industrie, Metallunternehmen, alles so Sachen, damit die pleite gehen, platt gemacht werden. Das macht alles Sinn. Und dann trifft es den Menschen persönlich. Dann trifft es nicht ganze Staaten, die dem Erdboden gleich gemacht werden, weil das macht keinen Sinn. Sondern es geht um individuellen Druck und Fortschritt. Ja, nicht nur Druck. Ja, doch Druck, aber du sollst zum Diamanten werden. Wunderbar, fantastisch. Man legt sich da hier auf den Rücken und miau. Boah. Sah ja... Also die sah ja gerade sehr flauschig aus, aber ich finde, die sah gerade auch richtig aus wie so ein Repto. Guck mal, boah. Flauschig sieht sie aus, aber jetzt sieht sie gerade auch ein bisschen aus wie so eine Straßenkatze. Straßen mit Fell. Guck mal. Miau. Vielleicht ziehe ich nachher auch noch eine Engelkraut von mir. Ich habe schließlich ein Engelset, also so ein Kartset entworfen. Ich zeige das nicht. Ich bin auch doof. So, aber jetzt zuerst mal zu den Visionen. Das wird ein längeres Video. Oh mein, ich will sie jetzt noch hören, aber das Video geht schon oft und so lange. Das Video dient auch mir als Einstimmung für heute Abend für die Energiebetragung, denn jedes Mal, wenn ich mich einklicke, erhöhe ich meine Energie und so kann ich als Kanal besser dienen, auch heute Abend. Also die Informationen zum heutigen Event, ich verlinke euch das nochmal das letzte Video dazu, auch mit den freiwilligen Lichttickets. Ist hier raus. Ich liebe dich. Okay, jetzt habe ich es vor mir. Allgemein nehme ich die Erde als sehr lichtvoll wahr. Ich sehe, sie hat eine Art Reservoir angelegt an der Erdoberfläche, energetisch gesehen. Also ich nehme jetzt gerade die Erde wahr, die Erdoberfläche, das ist die Luft, der Luftraum. Und was ich jetzt wahrnehme, ist, dass die oberste Erdschicht gefüllt ist mit Lichterenergie und Codes. Lichtcodes. Was? Von unseren außerirdischen Freunden. Ach, Lichtcodes. Welche kontinuierlich arbeiten. Das sieht so fast so aus, als wenn ein Computer, wenn ein Computer, den du anstellst, eine neue Software entwickelt wird und Codes eingegeben werden. Diese Codes arbeiten die ganze Zeit im Hintergrund und erschaffen ein Mein Laptop ist nicht so laut, Entschuldigung. Ich habe eben wirklich so irgendwie Licht, sie hat gesagt Lichtcodes. Mein Laptop ist ganz schön leise, ich habe Lichtcode verstanden. Also Lichtcode, ja, Lichtcode. Aber ich habe irgendwie Code verstanden. Und es gibt ja nichts Unterschiedlicheres als Licht, also das Licht, wovon wir reden, spirituelles Licht, Liebe und Code. Also der Code. Lichtcode. Es ist einfach so, ich glaube, das ist das gegensätzlichste Wort, was es gibt. Lichtcode. Komm, hör auf. Neues Programm. So fühlt sich für mich das gerade an. Auf der Erdoberfläche sehe ich Milliarden, ich habe die Zahl nicht, von Lichtcodes, die, es gibt ja keine Zeit, aber wenn ich jetzt das als Mensch sagen würde, die Tag und Nacht, in jeder Sekunde hier an der Matrix arbeiten, wow, Entschuldigung, das sind neue Informationen. Das ist ja, ich sehe lauter Codes, aber ich weiß nicht, jedes steht für ein neues Bewusstseinsprogramm, welches in die Menschen infiltriert wird, also wenn sie dafür offen sind. Die Menschen, die erwachen, die mit sich selbst in Kontakt stehen, dort fließen diese Lichtcodes mit den Lichtprogrammen hinein und das sind Informationen der neuen Erde, Wohnungsformen, Materialisierungsformen, Berufungsformen, wie in Zukunft Ernährung angebaut wird, lichtvolle, gesunde Ernährung für den Lichtkörper, nicht mehr angebaut, verwirklicht wird, Wohnformen, Transportformen, diese Codes fließen schon längst in die Pflanzen und in das Tierreich hinein und wandeln momentan die Erdoberfläche um. Es bleibt aktiv auf der Erdoberfläche, weil es geht jetzt, die festen Strukturen der Menschen aufzulichten, sie in die Lichtform zu bringen. Das heißt übersetzt, das ist Deutsche, dass die alten festen Körpersstrukturen mit all den alten festen Gedankenmustern nach und nach aufgelöst werden und durch diese neuen Lichtcodes ersetzt werden. Dies bringt dann ein lichtvolleres Dasein, lichtvolleres Denken, lichtvollere Körper, Vitalität ist absolut Normalität, lichtvolles Handeln, dass jeder seine Berufung lebt, sein wahres Selbst, seine Talente zu einem lichtvollen Austausch zur Verfügung stellt, in einer lichtvollen Gemeinschaft lebt. Oh Mann, Leute, es tut mir jetzt leid, ich muss jetzt nochmal kurz unterbrechen, ich habe eben aufs Handy geguckt, weil ich gucken wollte, wie spät es ist. Dann habe ich gesehen, dass ich auf Vinted eine Nachricht habe, ich muss es euch jetzt erzählen, weil es so krass ist, Vinted ist diese Plattform, wo man gebrauchte Klamotten kaufen kann. Ich habe mir letztens ein größeres Paket bestellt, weil ich dachte, okay, wenn die jetzt nicht mehr so gut sind, die ganzen T-Shirts und alles so Sachen, da war auch Hosen und Pullover drin, dachte ich, ziehe es auf Arbeit an. Ich bin ja Handwerker, wie gesagt. Und ich habe die jetzt alle gewaschen, ich war sehr zufrieden mit dem Paket, da sind viele T-Shirts drin, finde ich total toll, die sehen alle noch relativ gut aus, aber mir ist aufgefallen, dass die müffeln. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe mit denen geschrieben, dass sie nette Leute, dass die stinken, kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt hat sie mir wirklich zurückgeschrieben, ich habe geschrieben, leider, ich musste die positive Bewertung, dass alles super geklappt hat mit dem Versandpaket und so, musste ich löschen, weil die Sachen jetzt nach dem Waschen, ich habe die alle jetzt gewaschen und muss sagen, bin sehr enttäuscht, weil die wirklich richtig muffig riechen, richtig muffig. Bin ich sehr enttäuscht. Und habe ich ihr das geschrieben, dass ich leider deswegen die positive Bewertung, ich habe geschrieben, alles perfekt und so weiter, musste ich löschen, weil wenn die Sachen richtig muffig riechen, dann kann ich nicht schreiben, dass alles perfekt ist, tut mir leid. Hat sie geschrieben, hallo Leonard, Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Ich hatte euch das in einem anderen Video erzählt, das war die, wo die gesagt haben, dass die leider einen Todesfall in der Familie hatten, da ist ein Baby gestorben. Und da habe ich geschrieben, ja, was ist denn jetzt anders? Sie hat geschrieben, dass so viele Babys gerade sterben. Und da habe ich geschrieben, was ist jetzt anders? Nichts, außer dass viele Menschen sich wegen einem bestimmten Thema einen Piks geholt haben. Ja, jedenfalls habe ich ihr das jetzt geschrieben mit den muffigen Klamotten. Und da hat sie mir zurückgeschrieben, hallo Leonard, Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde, du weißt ja warum. Es tut mir leid, die Sachen hat mein Sohn vor dem Verkauf gewaschen, was er für Waschmittel genommen hat, ich weiß es nicht. Die Sachen lagen im Schrank, aber da müffelt nichts, keine Ahnung, was da los war. Als ich die verpackt habe, haben die nicht gemüffelt. Ja, kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen, weil, weiß ich nicht. Ist egal. Ich habe eine extrem gute Nase. Ich hoffe, du bekommst das hin. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Ich verkaufe schon jahrelang Pakete. Sollte ich nicht gleich antworten, nimm es mir bitte nicht krumm. Es ist keine Absicht. Im Moment läuft hier gerade alles schief, was schief laufen kann. Dafür kannst du nichts. Ich weiß, ganz liebe Grüße. Das bewegt mich gerade sehr, diese Nachricht, weil das passt auch sehr gut zu diesem ganzen Thema und Video und so weiter. Und es tut mir gerade ein bisschen leid, ehrlich gesagt, weil die Klamotten sind jetzt nachrangig. Ich werde die noch zweimal waschen und hoffen, dass der Geruch weggeht. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass sie geschrieben hat, tut mir leid, dass ich nicht antworte und so. Es geht gerade alles schief, was schief laufen kann. Das ist genau der Punkt. Nancy, die richtet sich jetzt auch an Menschen wie ich und du, die hoffentlich schon, oder nicht hoffentlich spirituell weiter sind, sondern hoffentlich dadurch, dass sie spirituell weiter sind, vom Bewusstsein her weiter, dass sie dadurch hoffentlich ein angenehmes Leben haben. Weil das ist ja der letztendliche Sinn. Deswegen passt es ganz gut. Wisst ihr, der einzige Grund, ich behandle oft mit euch negative Themen, aber ich bin gar nicht negativ. Und der Grund, warum ich das mache oder warum ich probiere, dass wir uns weiterentwickeln geistig, ist, weil der Nutzen total groß ist. Weil eigentlich der Nutzen am Ende sein soll, dass man gesünder ist, glücklicher ist, mehr Liebe im Leben hat und so weiter. Ja. Das ist der Sinn von meiner Spiritualität. Das habe ich, habe ich das, das sollte ich vielleicht öfter sagen, damit die Menschen das auch mehr mitbekommen. Weil ich weiß nicht, ich weiß viele, die mich kennen von euch auch, ihr schreibt mir so liebe Kommentare und wir verstehen uns und wir sind nicht negativ und mein Kanal ist auch nicht negativ. Ja, wir behandeln vielleicht negative Themen, das kann gut sein. Aber im Endeffekt, das sollte ich vielleicht öfter sagen, dass es bei mir, dass meine Spiritualität bedeutet, mehr Gesundheit, mehr Liebe, mehr Glück, mehr Bewusstes Sein, Bewusstsein, weniger Schicksalsschläge. Das bedeutet meine Spiritualität. Und es tut mir gerade leid, wenn sie schreibt, es tut mir leid, dass ich nicht antworte, du kannst nichts dafür, bei mir geht gerade alles schief oder es geht alles schief bei uns, was schief laufen kann. Das tut mir leid. Und deswegen mache ich diesen Kanal, damit Menschen vielleicht spirituell erwachen. Denn das schützt sie vor Leid. Nichts anderes würde ich in der kommenden Zeit schützen, als Offenheit und Spiritualität. Und die Menschen, die dafür nicht offen sind, für diese Sachen, die werden in Zukunft leider viele negative Erfahrungen machen. Und da wird vieles schief laufen. Das muss ich euch mal gesagt haben. Das wisst ihr bestimmt auch, wenn ihr mich kennt. Es tut mir leid für die Menschen. Die Erdoberfläche sind momentan in Anführungszeichen nur auf der Erdoberfläche, weil sie wirklich für die Menschen da sind. Und ein paar alten Pflanzen und Tierarten, die auch aufgebrochen werden dürfen, die auch noch im alten System sind. Und die Erdinner hat wieder eine ganz andere Funktion. Also okay, bleiben wir hier. Viele Informationen. Deswegen, versteht mich bitte, manchmal habe ich die Nase so voll, die Schnauze so voll von allem, was hier ist, dass ich wirklich denke, diese scheiß Menschen sollen einfach die Konsequenzen erfahren für das, was sie tun. Aber das ist dann halt so ein allgemeiner Gedanke. Da denke ich so, ja, alle Menschen sollen halt die Konsequenzen erfahren. Aber ich habe natürlich ein großes Herz und es tut mir so leid, wenn jeder persönlich jetzt so große Schicksalsschläge hat, ja, dann fühle ich natürlich mit. Das tut mir natürlich leid. Aber im Endeffekt deswegen, das ist genau der Punkt, im Endeffekt ist es nichts anderes, als die Konsequenzen zu erfahren von dem, was die Menschen jahrzehntelang gemacht haben. Nämlich einen Scheiß zu geben. Einen Scheiß. Auf die Natur, auf sich selbst und auf Gott. und das führt dann genau dazu, das führt genau dazu, dass dann Leid entsteht. Ne? Alles, was ich euch jetzt hier sage, ist als Energie, Informationsenergie, in euer System geflossen. so dass ihr es auch auf der Seelenebene seht, wahrnehmen, integrieren könnt. Ihr braucht nicht mal die Worte zu verstehen. Ich weiß auch nicht, ich gebe einfach weiter. Sondern es ist Lichtsprache, sagen sie mir. Die Energie läuft hier nonstop. Ich habe ganz neue Fähigkeiten bekommen. Wahnsinn. Ah, ihr Lieben, ich freue mich so auf die Zukunft. Mein Gott, ey. Es wird so wahnsinnig toll alles. Also es wird jetzt schon, es ist jetzt schon zum Teil manchmal toll, aber es wird toll, wenn ich mir überlege, wenn die Menschen alle ihre medialen Fähigkeiten ausleben könnten. Wenn wir alle nur noch ein, zwei Stunden arbeiten müssten und stattdessen Zeit haben, unsere Berufung zu leben, unsere Künste zu entwickeln, einfach nur zusammen glücklich zu sein, sich zu entwickeln, freiwillig. Das ist so toll, weil der Mensch kann genießen, ich sehe das genau, ich weiß das genau, der Mensch kann genießen ohne Ende und sich aber dabei entwickeln. Es gibt einfach so einen Unterschied, der normal, also viele Menschen zur Zeit genießen, aber irgendwie auf Kosten von sich selbst und von der Natur und von der Erde und von Gott. Aber es gibt auch eine andere Art, das Leben zu genießen und auf eine positive Art. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig, ob ich die richtigen Worte dafür finde, aber ich sehe das so vor mir, wie das sein kann. Das ist so toll, das ist so Wahnsinn. Ich lasse es kurz laufen. Ich lasse es kurz laufen. vorbereitet wird. Die alten Tierarten sind am Gehen, aber neue sind bereits angekommen. Auch Menschenarten von... Boah, jetzt bin ich so müde. es gibt jetzt neue Menschen, die hier geboren werden, das ist eine neue Information gerade, die noch nie hier gewesen sind. Also die kommen von so hoch schwingenden Planeten und sie können jetzt erst inkarnieren, weil die Energie zwar noch im Wandel ist, aber sie zeigen mir gerade, diese neuen Menschen, wow, die werden auch neu gezeugt, also schon mit Mann-Frau, aber durch neues Bewusstsein, mit erhöhten Menschen und diese Babys, diese manifestierten Gottheiten, diese Babys haben eine Energieblase um sie herum, wenn sie geboren werden und diese Energieblase, nicht Aura, Energieblase um sie herum ist ein paar Jahre aktiv und hält die Energie hoch. In dieser Energieblase zirkuliert die Energie von ihrem erhöhten Bewusstsein, von ihren erhöhten Planeten. Dies ist unabdinglich, solange die tieferen Gedankenmustern vieler Menschen, leider, noch in der Erdatmosphäre herumschwirren, weil das würde, wenn sie diese Energieblase von ihrem Planeten nicht hätten, würde ihre Energie zusammenbrechen und sie würden zu einem sogenannten normalen Menschen werden. Das ist mit uns passiert, vielen Lichtarbeiten, die hier inkarniert sind. Diese Lichtblase hatten wir nicht unbedingt oder nur wenige und wir sind dann sozusagen in uns zusammengefallen, die Energie und darum haben wir auch so viele Erlebnisse auch gehabt, weil die Energie, wir konnten die Energie nicht wirklich halten. Es war früher einfach zu aufwendig und nicht wirklich möglich, diese Energieblasen über längere Zeit um uns herum zu erhalten und zu schützen. Wir wussten dies bei unserer Inkarnation, ich rede von uns Sternensaaten, wir wussten, dass dies geschehen wird, dass wir uns vergessen kommen und dass wir diese Erlebnisse gehabt haben und haben dies auch eingewilligt in unseren geistigen Vertrag. Wir wussten um unsere innere Kraft, Essenz, dass wir trotz dieser Widrigkeiten aufwachen werden und konnten und immer noch am Aufwachen sind viele von uns. Gratulation und Chapeau an alle, die hier wirklich hier inkarniert haben und dies in Kauf genommen haben. Nun, jetzt ist eine neue Zeit da, eine andere Zeit da, weil die Energie immer höher wird von der Erde. Lasst euch nicht ablenken von den Hotspots auf dieser Erde, wo momentan Missstände herrschen. Irgendwo muss das ja rauskommen noch. Jede Seele ist genau dort, wo er es braucht, auch von der Entwicklung her. Ich muss mal noch ganz kurz was sagen, obwohl es eigentlich ein riesengroßer Punkt ist. Ich hoffe, dass jetzt überhaupt noch jemand zuschaut. Irgendwie nennt sie immer ihre Zunge draußen, wenn ich hier Stopp mache. Das ist eigentlich ein Riesenpunkt für mich auch und auch für andere vielleicht. Ich habe letztens so ein bisschen anerkannt, wie mein Leben war, weil ich hatte sehr oft immer das Gefühl, dass ich Sachen, die normal sind, dass ich die viel mehr erleben müsste, dass ich viel mehr, weiß ich nicht, normale Sachen, die Jugendliche machen, Party und so weiter, dass ich das alles viel mehr machen müsste und ich erkenne jetzt an, dass das total sinnvoll war, dass mein Leben so war. Nicht, dass ich, ich hatte ja solche Phasen auch, solche Momente auch und ich erkenne das jetzt aber, was das für einen riesen Nutzen hatte, dass ich auch viel alleine war oder für mich war. Ich habe mich ja auch selbst manchmal alleine gefühlt, selbst wenn ich mit Leuten war. Ja, aber ich erkenne jetzt, dass es einen riesen Nutzen hat. Ich habe mich letztens gefragt, ob ich überhaupt eine normale, also ob ich überhaupt ein normales Mädel als Freundin haben könnte, weil dann die Ablenkung so riesengroß wäre und ich eigentlich wirklich eine Freundin bräuchte, so die, sage ich mal, ein bisschen ähnlich ist wie ich und halt auch spirituell sozusagen, weil ich habe das gemerkt in letzter Zeit bei manchen Sachen, dass die Ablenkungen wirklich riesengroß sind und dass aber auch die Energieablenkung riesengroß ist, wenn man also Dinge tut, wenn man sich mit Freunden trifft, Halligalli macht, Essen geht, Party macht und so weiter, dann ist die Energieablenkung riesengroß und ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich wirklich Nancy, was Nancy hier sagt, so in einer hohen Energie, in einer hohen Schwingung bleiben, was die Kinder da haben mit ihrer Blase, was Nancy gerade gesagt hat, das habe ich definitiv erreicht, das habe ich jetzt erkannt, dadurch, dass ich mich immer wenig ablenken habe lassen, definitiv. dieses Alleinsein, das hat auch Vorteile. Noch besser ist natürlich, wenn du genau gleichgestrickte Menschen wie du um dich herum hättest, weil dann wäre es keine Ablenkung mehr. Aber es ist eine Tatsache und schaut von meinem Impuls her YouTube-Filme, Aussteiger, Autark, schaut euch zuerst die Energie der Menschen an, schaut nicht die, die im Mangel sind und wegen wenig Geld in die Wildnis gehen, und schaut die, die freiwillig. Habe ich letztens bei Sananda ein Buch gelesen, deswegen, Sananda schreibt wirklich gute Sachen in seinem Buch. Er hat geschrieben, Bescheidenheit. Bescheiden ist nur jemand, der mehr haben und materiell sich ausleben könnte, es aber nicht tut. Derjenige ist bescheiden. Jemand, der wenig hat und arm ist, der könnte theoretisch auch bescheiden sein, aber der ist sowieso dazu gezwungen, bescheiden zu sein. Und da muss ich sagen, hat Sananda wirklich recht. wenn jemand Geld hat und dann bescheiden ist, dann ist er wirklich bescheiden. Wenn du arm bist, dann musst du ja bescheiden sein. Dann kannst du natürlich trotzdem, das ist gar keine Frage, kannst du trotzdem mit dem wenigen zufrieden sein, was du hast, logisch, aber das stimmt schon. Wirkliche Bescheidenheit siehst du daran, wenn jemand eigentlich mehr haben könnte und dann aber sich zurückhält. Das ist wirklich bescheiden. Das fand ich gut. Fand ich wirklich gut. ...ein autarkes Leben führen und harmonisch in ihrem Feld schon wirken. Schaut euch als Input solche Videos an, die stärken auch eure Inspirationsquelle in euch selbst, gebt euch Energie, dass ihr eure Ideen, die ihr habt, eure lichtvollen Ideen umsetzen könnt. Und diese neuen Sarben, diese neuen Geborenen, die jetzt schon da sind, von wirklich höheren Planeten, die noch nie in dieser Daseinsform hier inkarnieren konnten, haben diese Energieblas um sie herum. Es kann ihnen wie nichts mehr geschehen. Sie durchlaufen nicht mehr die gleichen Prozesse wie wir alten Sternensaaten. Boah. Weil bei ihnen ist ganz klar, sie müssen von Anfang an die Energie tragen, um die Erhöhung der Erde zum höheren, erhöhten Lichtkörper, von den Menschen, Tieren, Pflanzen und die Erde selbst zu begleiten. Und es ist eine lichtvolle Erde. Es ist eine lichtvolle Zeit. Meine Güte, liebe, du, der das sieht, ich sehe nur Licht. Ich sehe so viel Licht. Das ist schön. Hab Vertrauen, dass jedes inkarnierte Wesen seinen Weg geht. und jeder genau dort ist, wo er ist. Ich kann es nicht mehr als hundertmal sagen. Lass dich nicht ablenken von den Hotspots, wo die negativen Energien rausströmen. Lass sie machen. Gib ihnen keine Aufmerksamkeit. Bleib in deiner Vision, deiner neuen Welt, deines neuen Ichs. Lebe dein höchstes Selbst. Vervollkommene dein höchstes Potenzial, indem du dich erinnerst, wer du wirklich bist. Lege deine göttlichen, heilerischen, lichtvollen Eigenschaften, Gaben offen dar. Setze sie ein für die neue Welt und du hilfst, massiv diese Energie nicht nur zu halten, sondern zu erhöhen. Und das Licht verdrängt dann immer mehr diese anderen Hotspots, wo die negativen Energien noch rauskommen. Sie werden sich verlagern und dann schlussendlich auflösen und auf einer Erde weiter existieren können, die in einer niedrigeren Schwingung noch weiter existiert, so wie auch es andere Universen und Planeten gibt, die ihrer Energie entsprechen. Auch sie lassen sich Zeit mit ihrer Entwicklung und das ist in Ordnung. Wir alle sind verschiedene, viele Entwicklungszyklen durchgangen. Verurteile, beurteile nicht, sondern Wertschätze eines jeden, der Erfahrungen macht. Denn wisse, in deiner Energie ist nie etwas geschehen. Wir machen nur Erfahrungen hier in dieser Materie. Deine Essenz ist Vollkommenheit und es kann dir nie etwas wirklich geschehen. Dies hilft dir auch, alles Alte aus deiner Vergangenheit aufzulösen, in die Vergebung zu kommen, bis du siehst, es bedarf keiner Vergebung, denn es ist nie etwas geschehen. Du bist die reine Essenz der göttlichen Ewigkeit. Ich habe jetzt ein paar meine Visionen hier geteilt und bin auch schon auf ein paar Fragen von euch eingegangen, aber längst nicht alle. Ich behalte diese Servietten noch für andere Videos. Ich danke dir fürs Zusehen und ich freue mich, wenn du dich noch einträgst für heute Abend. Ob 10, 100.000 oder eine Million, es spielt für mich keine Rolle. Denn ich bin reine Essenz, so wie du auch. Ich liebe dich. Ich habe Vertrauen in deine heilerischen Fähigkeiten. Hab Vertrauen in deine hellsichtige Sicht. Hab Vertrauen in dein Hellhören. Hab Vertrauen in deine innere Stimme. Hab Vertrauen in dir. Es geschieht immer alles zu deinem Wohlen. Nancy ist schon echt hübsch, muss man schon sagen. Schöne Augen, schöne Zähne, ein harmonisches Gesicht. Du könntest jetzt ihre Gesichtshälften spiegeln. Es würde relativ harmonisch wirklich aussehen. Im Gegensatz zu ganz vielen Politikern und so weiter, die völlige Missgestalten von Gesichtshälften sind. Darin sieht man, dass die Gehirnhälften nicht richtig arbeiten zusammen. Fantastisch. Sehr schön. Falls das jemand weiß, das wird bestimmt 100, ich bin mir 100%ig sicher, dass das nicht jemand von euch weiß. Aber mich würde mal interessieren, Frauen, Frauen haben öfters mal, dass das eine Auge weiter offen ist, als das andere. Das ist mir schon mal aufgefallen, das haben Frauen öfters. Aber ich kann es mir, glaube ich, gerade auch selber erklären, das wird auch einfach nur mit den beiden Gehirnhälften zusammenhängen. Linke, rechte Gehirnhälfte, je nachdem, ob da ein Gefühl oder Verstand mehr im Vordergrund ist, wird es was damit zu tun haben. Aber das ist mir schon mal aufgefallen, bei Frauen vor allem, irgendwie bei Männern ist mir das noch nicht so oft aufgefallen, dass das eine Auge so, wisst ihr, wie ich meine, das eine Auge ist dann manchmal so ein Millimeter weiter offen als das andere. Also wenn ihr darüber was wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Liebe dich. Aber das wird einfach linke, rechte Gehirnhälfte damit zusammenhängen. Wir sind alle. Wir sind eins. Danke. Sehe dich in mir. Ich sehe dich in mir. Wir sind eins. Wir sind alles, was ist. Ewig während der Liebe. Ewig während der Existenz. Tod, Schmerz, Leid. Alles ist eine Illusion. Du bist immer während. Sei dir dies bewusst und du eröffnest dich für deine Fähigkeiten in dir. und nimmst deinen Platz im gigantischen kosmischen Puzzle ein des Lebens. Ich liebe dich. Schön. Sehr schön. Vielen lieben Dank, liebe Nancy. Ich bin heute aber ein bisschen mehr im Verstand, glaube ich, weil wenn sie jetzt sagt, es ist alles eine Illusion, Geburt, Krankheit, Tod. Frag mal einen schwerer Kranken, ob das nur Illusion ist, was er gerade erlebt. Ob seine Schmerzen nur Illusion sind. Ich würde sagen, nee. Von daher, also wir sind ja jetzt alle in der Materie und von daher ist es auch alles nicht Illusion, was gerade ist. Es ist alles theoretisch schon Illusion, aber irgendwie auch nicht. Schwierig. ne? Ihr Lieben, oh, das Video geht eine Stunde und 21. Fantastische Symbolik. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Video zu schauen. Es sind neue Inhalte, schöne Impulse. Danke, liebe Nancy, für das Video. Ich gehe nicht davon aus, dass du es bis jetzt hierher geschaut hast, was ich hier jetzt gerade produziere. Das denke ich nicht. Vielleicht auch schon, weil es ist ja immer in deinem Video, worauf ich reagiere. Vielleicht machst du das dann. Also, herzlichen Dank für dieses Video. Oh, ist das schön. Guck mal, wie hier einfach jetzt Love, wo ist denn das hier? Love kommt, wenn ich mich aufrichte. Fantastisch. Ihr Lieben, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch irgendwie gefallen, was gebracht. Es war nicht zu langatmig und ich liebe euch auch über alles und bin total glücklich, wie es jetzt alles gerade läuft. Also manchmal, manchmal bin ich mehr glücklich, manchmal weniger glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal betrübt mich das auch alles wirklich sehr doll, was hier passiert und ich weiß nicht. Manchmal denke ich wirklich, am liebsten würde ich mich in Luft auflösen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal denke ich das wirklich, kann ich mich bitte einfach nur in Luft auflösen und nichts sein und nicht mehr existieren und das denke ich auch manchmal, muss ich sagen. Aber ich bin ja auch aus einem bestimmten Grund hier so wie ihr und ich freue mich sehr auf die Zukunft und ich genieße es auch manchmal jetzt schon mehr, aber manchmal ist es auch nicht so einfach. Das hatte ich ja auch in einem Video wirklich schon mal gesagt. Wir leben hier in der Materie und das hier ist nicht unbedingt unser Element, sage ich jetzt mal so. Die Materie, da herrschen andere und Nancy hat es gesagt, deswegen kommen die Kinder dann wirklich vielleicht mit einer großen Energie oder Lichtkuppel her, die auch da sein muss, weil die Kinder sonst zu sehr von dieser Welt hier angegriffen werden, energetisch und ja, das macht schon Sinn. Ja. Ja. Das ist so wie, wenn du als Lichtwesen herkommst, das ist hier nicht unbedingt dein Element, diese Materie und das ist so, als wenn du naja, eben nicht Schwimmer ins Wasser wirfst. Das ist nicht unbedingt dein Element. Ne. In diesem Sinne, ihr Lieben, aber wir machen das Beste draus, wir bleiben gesund munter und frisch, bleiben offen für Spiritualität und dann wird am Ende alles gut. In diesem Sinne, danke Nancy fürs Video, danke ihr Lieben fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, schaut gerne wieder vorbei, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020